Im Rahmen von Abiturgrundlagen schauen wir uns hier die Bruchrechnung an. Das heißt, wann und wie man Kürzen, Erweitern bzw. Brüche vereinfachen kann. Bevor wir loslegen. Ihr erkennt hoffentlich mitten auf eurem Bildschirm einen schwarzen Balken. Diesen Balken kann man auch als Bruchstich ansehen. Vergiss bitte nicht, über dem Bruchstich steht immer der Zähler, darunter immer der Nenner. Und lacht nicht, das ist wichtig für alles, was jetzt noch kommt. Nachdem wir geklärt haben, was Zähler und Nenner sind, kümmern wir uns ums Erweitern. Die erste berechtigte Frage wäre natürlich, wann überhaupt Erweitern notwendig ist. Einfache Antwort, wenn Brüche addiert oder substrahiert werden. Oder einfacher gesagt, wenn man Plus und Minus rechnet. Nehmen wir doch ein kleines Beispiel. Wir haben hier 2 Fünftel plus 1 Halb. Diese zwei Brüche können wir nur dann zusammenfassen, wenn sie den gleichen Nenner haben. Im Moment hat unser erster Bruch den Nenner 5 und unser zweiter 2. Also nicht der gleiche Nenner. Um einen gleichen Nenner zu haben, muss man sozusagen die Brüche erweitern. Man überlegt sich, wo 5 und 2 sich treffen. Ich glaube, 10 ist ziemlich klar. Und deshalb müssen wir diesen ersten Bruch mit 2 erweitern. Das Erweitern passiert oben im Zähler, aber auch unter dem Nenner. Und somit kommen wir dann im Nenner auf 10. Und bei dem zweiten Bruch müssen wir natürlich mit 5 erweitern. Ebenfalls im Zähler und im Nenner. Wenn wir das Ganze jetzt zusammenfassen, also die ersten zwei Brüche, dann erstmal die zwei Zahlen Zähler miteinander multiplizieren. Das bedeutet die 2 mit der 2 und dann die 5 mit der 2. Entsprechend haben wir dann 4 Zehntel. Und genauso auch bei den nächsten zwei Brüchen. Also einmal 1 mal 5 und dann 2 mal 5. Somit haben wir dann 4 Zehntel plus 5 Zehntel. Das kann man am Ende noch zusammenfassen. Jetzt haben wir bei beiden Brüchen den gleichen Hauptnenner. 4 plus 5 sind 9. Deshalb lautet unser Ergebnis 9 Zehntel. Und damit die Sache sitzt, noch ein kurzes Beispiel. Wir haben diesmal drei Brüche. Und unser erstes Ziel ist natürlich, dass wir den sogenannten Hauptnenner finden. Dafür schauen wir die drei Zahlen Nenner an, also 2, 4 und 3. Ja, nach einer kurzen Überlegung glaube ich, dass jeder von euch die 12 findet. Das ist die Zahl, wo alle diese drei Nenner reinpassen, also der Hauptnenner. Und um auf die 12 zu kommen, müssen wir natürlich diesen ersten Bruch mit 6 erweitern. Das bedeutet, oben und unten, ich multipliziere hier mal 6 Zehntel. Hier brauchen wir dann eine 3, um auf die 12 zu kommen. Deshalb erweitert mit 3. Und unser letzter Bruch erweitern wir mit 4. Dann fassen wir erstmal die einzelnen Brüche zusammen. Also 5 mal 6 sind 30 Zwölftel. Dann minus 3 mal 3 sind 9 Zwölftel. Und 1 mal 4 sind natürlich plus 4 Zwölftel. Wenn wir das am Ende noch alles zusammenfassen. 30 minus 9 sind 21, plus 4 sind 25 Zwölftel. Als nächstes schauen wir uns das Kürzen an. Wieder die Frage, wann ist es überhaupt notwendig? Naja, besonders wenn Brüche multipliziert oder dividiert werden, oder einfach formuliert, wenn man mal oder geteilt rechnet. Also schauen wir uns folgendes Beispiel an. 4 Siebtel mal 14 Sechstel. Hier empfiehlt sich zuerst zu kürzen. Und vergiss nicht, überall steht mal und geteilt, also ihr könnt kreuz und quer kürzen. Aber ihr könnt immer nur Zähler mit Nenner, beziehungsweise Nenner mit Zähler kürzen. Also nicht Zähler mit Zähler oder Nenner mit Nenner. Also, wir haben hier oben links die 4. Die 4 kann man mit der 6 kürzen. Ich hoffe, dass es nachvollziehbar ist. Wir können beide Zahlen durch 2 teilen. Das bedeutet, wenn wir die 4 durch 2 teilen, dann bleibt nur eine 2 übrig. Und wenn wir die 6 durch 2 teilen, dann bleibt eine 3 übrig. Jetzt haben wir noch 7 und 14. Ja, das passt auch ziemlich gut zusammen. Die 14 ist auch durch 7 teilbar. Das bedeutet, wenn wir jetzt mit 7 kürzen, dann bleibt hier eine 1 übrig. Und hier bei der 14 natürlich eine 2. Und jetzt können wir Zähler und Nenner zusammenfassen. 2 mal 2 ergibt natürlich 4. Beziehungsweise 1 mal 3 ergibt natürlich 3. Unser Ergebnis lautet dann 4 Drittel. Eine nicht so empfehlenswerte Taktik, die ich allerdings leider sehr häufig bei arbitrierenden Studenten sehe, ist, diese zwei Brüche auf folgende Art und Weise zusammenzufassen. Also, man könnte hier auch Zähler und Nenner gleich miteinander multiplizieren. Also, das heißt, erst mal 4 mal 14 rechnen und das sind dann entsprechend 56. Und dann unten 7 mal 6 sind 42. Klar, hat man damit auch ein Ergebnis, aber auch dieses Ergebnis muss am Ende vereinfacht werden. Also heißt es wieder kürzen. Naja, diese Zahlen zu kürzen ist deutlich komplizierter, als wie am Anfang gezeigt, direkt zu kürzen. Ja, man könnte auch hier natürlich, was auch immer man als erstes findet, also zum Beispiel könnte man auch hier durch 7 teilen. Das geht ja. Also 56 geteilt durch 7 sind 8 und 42 geteilt durch 7 sind dann entsprechend 6. Und dann könnte man merken, okay, 8 und 6 kürzen sich ebenfalls noch mit 2. Deshalb haben wir dann 4 und 3 und somit wieder unser Ergebnis 4 Drittel. Allerdings, die untere Taktik führt zu deutlich mehr Kopfzerbrechen als die obere. Also, versucht es auf die Art und Weise wie hier, es ist einfacher. Wenn man Brüche dividiert, schreibt man sie für gewöhnlich als Doppelbrücherchen. So wie hier auf dem Bildschirm dargestellt. Wenn man das Ganze jetzt schriftlich machen möchte, ist es empfehlenswert, erst mal diesen Doppelbruch aufzulösen. Also, statt diesem Bruchzeichen schreiben wir einfach 5 Drittel geteilt durch 10 Neuntel. Um einen recht einfachen Lösungsweg zu haben, ist es empfehlenswert, jetzt diese Division in eine Multiplikation umzuformen. Und andersrum gesagt, das Geteiltzeichen in ein Malzeichen umzuwandeln. Das geht wie folgt. Also, unser erster Bruch, 5 Drittel, das behalten wir bei. Das Geteiltzeichen wandern wir jetzt um in ein Malzeichen. Damit das in Ordnung geht, müssen wir allerdings bei dem hinteren Bruch Zähler und Nenner vertauschen. Das bedeutet, statt 10 Neuntel steht am Ende mal neun Zehntel. Und jetzt heißt es nur noch, dort wo es geht, kürzen und zusammenfassen. Zum Beispiel die 5 hier kann man ganz gut mit der 10 kürzen. Also, hier bleibt eine 1 übrig und hier eine 2. Und genauso die 3 mit der 9. Hier bleibt ebenfalls eine 1 und hier bei der 9 eine 3. Also, lautet unser Ergebnis 3 halbe. Und zum Schluss noch eine interessante Sache. Man kann es auch nennen, das kürzen mit Hilfe der Primfaktorzerlegung. Ja, ich weiß, das hört sich ein bisschen schlimm an, ist aber harmlos. Und ihr braucht es grundsätzlich immer dann, wenn ihr sowas kürzen müsst. Also, sehr hohe Zahlen. Zugegeben, die Primfaktorzerlegung ist an dieser Stelle natürlich nicht unbedingt notwendig. Aber vor allem hilfreich für diejenigen von euch, die Probleme haben, hier Zahlen zu finden, mit denen man Zähler und Nenner kürzt. Die Primfaktorzerlegung funktioniert wie folgt. Also, man nimmt beide Zahlen, also Zähler und Nenner, und teilt sie durch Primzahlen. Zur Erinnerung, Primzahlen sind Zahlen, die nur durch sich selbst und 1 teilbar sind. Und man fängt natürlich immer an mit den kleinsten Zahlen, weil es so am einfachsten ist. Zum Beispiel bei der 126. Die 126 könnte man natürlich erstmal durch 2 teilen. Also, wir schreiben hier die 2 hin. 126 geteilt durch 2 sind 63. Dann die 63 geht nicht mehr durch 2 zu teilen, aber ist durch 3 teilbar. Und das ergibt dann 21. Die 21 ist ebenfalls durch 3 teilbar. Dann haben wir 7 und die 7 ist am Ende nur durch sich selbst teilbar. Damit haben wir hier schon die Primfaktoren. Genau das gleiche machen wir auch für die 630. Die teile ich auch als erstes durch 2. Dann haben wir 315. Diese Zahl können wir entweder durch 3 oder durch 5 teilen. Die Reihenfolge wäre egal. Ich nehme jetzt einfach mal die 3. Wenn ich durch 3 teile, habe ich dann 105. Die 105 kann man ebenfalls entweder durch 3 oder durch 5 teilen. Ich nehme jetzt wieder die 3. Und wenn ich wieder durch 3 teile, dann habe ich 35. Und die 35 kann man durch 5 teilen natürlich. Dann hat man die 7. Und am Ende 7 ist wieder nur durch 7 teilbar. Und jetzt haben wir auch für 630 die Primfaktoren. Und diese Primfaktoren können wir schön hier nebeneinander schreiben. Also für den Zähler haben wir dann 2 mal 3 mal 3 mal 7. Und für den Nenner haben wir dann entsprechend 2 mal 3 mal 3 mal 5 mal 7. Und das Kürzen jetzt ist gar kein Problem mehr. 2 kürze ich mit 2 weg. 3 mit 3. Wieder eine 3 mit eine 3. Und die 7 mit der 7. Das heißt, oben im Zähler bleibt eigentlich nur 1 mal 1 mal 1 übrig. Also 1. Und unten im Nenner bleibt nur eine 5 übrig. Und deshalb lautet unser Ergebnis ein Fünftel. Übrigens, wenn ihr noch Ideen oder Wünsche für Themen, die man als Grundlagen für die Abiturprüfung betrachten kann, schreibt mir einfach unter diesem Video. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht. Ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kosten nichts. Und dann geht's.